So, ich darf wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen für unser Bible Study und wir starten heute mit einem sehr interessanten Buch des Alten Testaments, wo es sehr viel Action gibt, das Buch Joshua. Und der Name dieses Buches rührt her einfach von der Hauptfigur, weil Joshua der Führer Israels ist in der Zeit nach Mose und er hat sich schon profiliert und hervorgetan als Heerführer gegen Amalek, damals noch vor der Gesetzgebung am Sinai, wo er da den Sieg davon tragen durfte, als während Mose betete. Aber hauptsächlich war er Diener des Mose in der Stiftshütte und hat hier praktisch jahrzehntelang Treuendienst getan und war praktisch die rechte Hand des Mose. Er und Kaleb waren auch die einzigen Kundschafter, die damals in Vierter Mose 14 einen positiven Lagebericht gaben und das Volk ermutigten, doch vorwärts zu gehen im Glauben und dass sie das Land auch erobern könnten. Aber leider hat sich die Mehrheit dann anders entschieden. Und er war dann auch, wenig überraschend muss man sagen, war er dann auch der offizielle Nachfolger Moses, wurde da ganz feierlich eingeführt in Vierter Mose 27 und dann auch Vierter Mose 32, Vierter Mose 1, 38 wird das deutlich, dass Joshua ganz offiziell auch schon von längerer Zeit dann als Nachfolger Moses eingesetzt wurde. Die Verfasserschaft des Buches Joshua ist eigentlich unklar, weil es nirgendwo steht, wer dieses Buch geschrieben hat. Von daher muss man da auch nichts glauben diesbezüglich, weil die Bibel da auch keine Behauptung aufstellt. Aber es gibt doch starke Gründe für die Annahme, dass Joshua, die Hauptfigur, auch wirklich verantwortlich ist für den hauptsächlichen Inhalt dieses Buches. So sagt es auf jeden Fall der Talmud und auch die gesamte jüdische Tradition vom Talmud ausgehend, dass Joshua der Autor des Buches ist. Allerdings nicht der Endgestalt, denn am Ende des Buches wird auch von dem Tod Joshua berichtet in Kapitel 24. Und so geht man davon aus, das ist aber eine reine Spekulation, dass das Buch dann von dem Priester Pinnehas möglicherweise herausgegeben wurde, indem man auch einige Endredaktionen vornahm und dann für die Veröffentlichung sorgte. Pinnehas war der Sohn von Eleazar, dem Priester. Und er war derjenige, der diesen großen Eifer für Gott zeigte. Und da als die Israelit mit moabitischen Frauen dann sexuellen Verkehr hatten, was nicht sein sollte, da wirklich im heiligen Zorn eingeschritten ist und dann auch so zwei führende Übeltäter umgebracht hat, als Gericht Gottes. Und er war dann auch in Joshua 22, wird er dann als Vorsitzender oder als Führer einer wichtigen Delegation bestimmt, die Vermittlungsgespräche führt mit den Stämmen des Ostjordernlandes. Wir werden diese Stelle noch näher anschauen. Und er ist dann auch derjenige, der in Kapitel 24, Vers 33 erwähnt wird. Und da heißt es, dann starb auch Eleazar, der Sohn Aarons. Er wurde in Gibea begraben, eine Stadt im Gebirge Ephraim, die seinem Sohn Pinnehas als Wohnsitz zugeteilt worden war. Also auch diese Notiz könnte darauf hinweisen, dass hier Pinnehas die letzte Hand an dieses Buch gelegt hatte. Die Abfassungszeit ist in der Theologie umstritten. Die konservative, bibeltreue Auffassung ist hier, dass wir es mit dem Buch Joshua mit einem eigenständigen Werk zu tun haben, aus der frühen Richterzeit. Wenige Jahre oder bestenfalls wenige Jahrzehnte nach dem Tod Josuas. Und wenn man von einem frühen Ausdrucksdatum ausgeht, um 1446 vor Christus, dann sind wir dann im 14. Jahrhundert etwa 1350 vor Christus. Auch jüdische Autoren, zum Beispiel der Jeheskel Kaufmann, plädiert mit sehr, sehr guten Gründen, dass das Joshua-Buch ein frühes Schreiben aus der Richterzeit darstellt. Die ältere bibelkritische Meinung hat eine sehr enge Verbindung gesehen zwischen dem Buch Joshua und den ersten fünf Büchern Mose und hat dann nicht vom Pentateuch, sondern vom Hexateuch, dem Sechserbuch gesprochen. Und angeblich würden dann die Quellen, die sie da nachgewiesen haben, in den fünf Büchern Mose auch dann bis in den Buch Joshua durchlaufen. Und die Fertigstellung des Werkes des Hexateuchs, also erster Mose bis einschließlich Joshua, sei dann erst so 400 vor Christus, also viel, viel, viel später, also nach dem Exil erst, dann fertig geworden. Eine andere historische, bibelkritische Auffassung ist, dass man das Buch Joshua nicht mit den fünf Büchern Mose verbindet, sondern mit den darauffolgenden Büchern bis eigentlich hin zu Zweiter Könige, also der ganzen Monarchie dann auch und sieht also hier ein sogenanntes deuteronomistisches Geschichtswerk, was aus einer ganz bestimmten theologischen Perspektive verfasst sei. Und auch das wird dann erst nach dem Exil datiert. Das ist die eher heutige historisch-kritische Auffassung dazu. Aber es gibt gute Gründe, hier an ein frühes Schreiben zu denken. Die Gründung des Buches ist sehr einfach. Es sind vier Teile, die klar voneinander getrennt sind. Wir haben Vorbereitungen des Volkes und auch Vorbereitungen Joshua auf den Einzug im Land Kanan. Dann die eigentliche Landeroberung umfasst dann sieben Kapitel, nämlich Kapitel sechs bis zwölf und wird eigentlich, so wenn man es in der Nachschau anschaut, verhältnismäßig kurz beschrieben und sehr summarisch auch. Nur einige Episoden werden ein bisschen ausführlicher dargestellt. Dann der große Teil des Buches, praktisch die Hälfte des Buches vom Umfang her, beschäftigt sich mit der Landverteilung. Und das ist ja auch sehr wichtig, weil jeder Stamm so sein Erdteil bekommt und da ist genau aufgelistet, wer welches Gebiet bekommt, welche Städte und so weiter. Und deswegen ist es auch vom Umfang her sehr ausführlich gehalten. Bei manchen Stämmen ausführlicher als bei anderen, wie wir noch sehen werden. Und ein Abschluss und auch einen gewissen Höhepunkt des Buches bilden dann die letzten beiden Kapitel, wo Joshua sein Vermächtnis weitergibt, also kurz vor seinem Tode, sagt er dem Volk Israel das, was ihm nach Jahrzehnten der Führerschaft und Leiterschaft wirklich so tief auf dem Herzen liegt und was ihm auf der Seele brennt und was er praktisch so vor seinem Tod ihn noch einfach unbedingt mitgeben möchte. Von daher sind das sehr wichtige Sachen hier, dieses Vermächtnis. Man spricht ja nicht umsonst von letzten Worten großer Männer. Und hier haben wir auch die letzten Worte des großen Mannes Joshua. Die Hauptthemen oder das Hauptthema des Briefes sind folgende, auch das ist sehr überschaubar. Das große Generalthema des ganzen Buches ist praktisch die Eroberung und Verteilung des verheißenen Landes. Das ist das, worum es im Buch Joshua geht, wie das Land Kanaan erobert wurde und wie dann das Gebiet auf die Stämme Israels verteilt wurde. Aber es gibt Unterthemen, die ständig eine Rolle spielen und so unterschwellig präsent sind unterhalb dieses Generalthemas. Und eines dieser unterschwelligen Themen, die sich da so ein bisschen durchziehen durch das Buch und immer im Hintergrund sind, ist, dass die Landverheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, also vor Jahrhunderten von Jahren, dass Gott diese Landverheißung erfüllt, jetzt erfüllt. Und das beweist einfach die großartige Treue Gottes zu seinem Bund mit Abraham und auch seinem Bund mit Israel. Und Schlüsselverse, die diese Erfüllung der Landverheißung, diese Treue Gottes dokumentieren, ist zum Beispiel Kapitel 21, Vers 45. Da ist es, so hat Jahwe alle seine Zusagen erfüllt. Keines seiner Versprechen an Israel war ausgeblieben. Alles traf ein. Also ein wunderbares Resümee. Und das wird nochmal wiederholt mit etwas oder sehr ähnlichen Worten eigentlich, in Kapitel 23, Vers 14. Doch ihr habt ja mit Herz und Seele erkannt, dass all die guten Worte, die Jahwe euch Gott gesagt hat, eingetroffen sind. Kein einziges davon ist ausgeblieben. Also das ist immer im Hintergrund die Treue Gottes gegenüber seinen Verheißungen. Und das ist natürlich auch etwas, was auch in unserem Leben wichtig ist, dass Gott einfach treu zu seinen Verheißungen steht und die auch erfüllt gegenüber seinem Volk. Ein anderes Unterthema, was immer wieder hochkommt im Buch Joshua. Es ist ja schon das Buch des Sieges, aber nicht nur. Es gibt auch die ein oder andere Niederlage. Und es gibt da einen Zusammenhang von Gehorsam und Sieg, aber auch von Ungehorsam und Niederlage. Und das ist ja ein Riesenthema in der Geschichte des Volkes Israel. Und das kommt auch hier immer wieder zum Vorschein, dass Gehorsam und Sieg zusammengehört und Ungehorsam und Niederlage, vor allem hier auch militärische Niederlage, dann zusammengehören. Joshua hat irgendwie eine interessante Stellung im Alten Testament, weil in gewisser Hinsicht ist es wirklich so ein Schlussstein auf die fünf Bücher Mose. Es ist der Abschluss der Geschichte Gottes mit Abraham und Mose, des ganzen Auszugs, weil das kommt jetzt hier zu einem vorläufigen Abschluss und zur Erfüllung, in dem jetzt das Volk in das Land Kanan einziehen darf und die ganzen Vorbereitungen, die auch Mose getroffen hat, jetzt einfach umgesetzt werden. Und von daher schließt sich da ein Kreis. Die Landverheißung an Abraham wird jetzt endlich Realität. Also von daher ist es eine sehr enge Verbindung zwischen den Mosebüchern und dem Buch Joshua. Und immer wieder wird auch ein Rückbezug genommen, dass Joshua genau so handelte und tat, was Mose geboten hatte und das einfach umgesetzt hat. Verschiedene Anweisungen, auch im Blick auf die Landnahme, hat er ganz eins zu eins umgesetzt. Also das ist der eine interessante Aspekt. Aber gleichzeitig ist das Buch Joshua auch ein Auftakt für etwas Neues. Der Auftakt nämlich für die Geschichte Israels im verheißenen Land als Volk. Und das zieht sich dann durch bis zur Verbannung aus dem Land Israel, dann im nordasyrischen Exil, beziehungsweise später dann 150 Jahre später im babylonischen Exil des Südreiches. Und das ist auch ein großer Zusammenhang, wieso die Geschichte Israels im Land eigentlich dann weitergegangen ist. Und dazu bildet Bages Joshua den Auftakt dieser Geschichte. Also hat das Buch Joshua in beide Richtungen eine starke Anbindung. Wir werden jetzt im Laufe dieses Bible Study nicht alle 24 Kapitel lesen, auch nicht alle so durchsprechen, aber wir werden uns acht inhaltliche Highlights gönnen. Und die sind unterschiedlich lang auch und ausführlich, aber das sind wirklich so Nuggets, die wir hier finden. Und das erste Großartige, was dieses Buch uns zu bieten hat, ist die Ermutigungsrede Gottes an Joshua. Also Joshua, immer wenn er irgendwie erscheint und Gott redet mit ihm, ermutigt er ihn eigentlich. Er sagt, sei mutig, sei stark, ja, hab keine Angst. Offenbar war das ein bisschen die Schwachstelle von Joshua, dass er schnell verzagt war und dass er nicht so der mutige Draufgänger war, sondern er ist etwas furchtsam und zögernd und er braucht unbedingt Ermutigung, vorwärts zu gehen und dran zu bleiben. Und hier haben wir diese Ermutigungsrede an Joshua und die ist sehr gehaltvoll, wie wir gleich sehen werden. Es beginnt mit dem Marschbefehl in Vers 1. Nachdem nun Mose, der Diener Jahwes, gestorben war, sagte Gott zu Joshua, dem Sohn Nuns, dem Helfer von Mose. Mein Diener, Mose ist gestorben. Mach dich jetzt mit dem ganzen Volk bereit, den Jordan zu überqueren und in das Land zu ziehen, das ich den Israeliten geben will. Also die Marschbefehl und die Verheißung jetzt vorwärts zu gehen. Und dann haben wir die Verheißung, ich sehe gerade, dass die Verszählung da ein bisschen durcheinander ist. Die Verheißung in Vers 3. Jedes Stück Land, das ihr betretet, wird euch gehören, wie ich es Mose versprochen habe. Also die Eroberung, man muss vorwärts gehen und dann, wenn der Fuß auf das Stück Land tritt, dann gehört es einem. Gehört einem nicht vorher. Man muss vorwärts gehen, im Glauben vorwärts gehen und dann gehört es einem. Ein ganz wichtiges geistiges Prinzip auch. Und diese Verheißung. Und dann werden die Landesgrenzen in Vers 4 genannt und zwar von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden. Euer Land wird nach Osten zu, das ganze Gebiet der Hethiter bis zum Euphrat umfassen und im Westen bis ans Mittelmeer reichen. Also ein großer Umriss des verheißenen Landes, wie groß die Ausdehnung nach Nord-Süd- und Ost-West-Ausdehnung ist. Und dann kommt die eigentliche Verheißung an Joshua Abvers 5. Dein Leben lang wird sich kein Feind gegen dich behaupten können. Das ist eine tolle Zusage. Lebenslange Siegesgarantie sozusagen. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können. So wie ich Mose beistand, werde ich auch dir beistehen. Ich werde dich nie im Stich lassen, dich niemals vergessen. Aber das ist eine ganz krasse Zusage und auf der konnte Joshua wirklich aufbauen, auch in allen manchmal schwierigen Lagen, in die er dann auch gekommen ist. Und es geht dann weiter mit Ermahnungen ab Vers 6. Ermahnungen an Joshua. Sei stark und sei mutig. Die typische Ermahnung, die wir immer wieder hören, wenn Gott mit Joshua redet. Sei stark und sei mutig. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren unter Eid versprochen habe, als bleibende Besitz austeilen. Also sei stark und mutig. Vertraue. Du wirst gelingen haben. Und dann sagt Gott dem Joshua, was eine ganz wichtige Vorausbedingung ist, wo er was tun kann. Halte du dich ganz fest an das Gesetz Moses. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Ein ganz wichtiger Hinweis, dass das Gesetz des Mose fertig war mit dem Tod Moses, dem Joshua übergeben wurde und er sich jetzt an dieses Gesetz einfach auch halten konnte, weil es eben schon vorlag. Ja, da konnte ich immer gut nachlesen. Halte dich nun mutig und fest an das Gesetz, das mein Diener Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links davon. Man kann immer von beiden Seiten vom Pferd fallen und so eben, man soll genau auf dem Gesetz stehen und es genauso tun, weder rechts abweichen noch links abweichen. Und das hat eine wunderbare Verheißung, damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Also wie kannst du Erfolg haben? Ein Schlüsselrezept für Erfolg ist, dich nach dem Wort Gottes zu richten, nicht abzuweichen, weder rechts noch links. Und das hat Joshua auch getan. Und dann gibt Gott noch eine konkrete Aussage, eine Ermahnung, wie er mit dem Gesetz umgehen soll. Und das ist auch für uns extrem wichtig, dass wir das beherzigen, weil das wird auch unser Leben sehr positiv prägen und verändern. Gott sagt zu Joshua in Vers 8, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken. Also sollst du dich mit diesem Wort Gottes, das Gott durch Mose gegeben hat, ständig beschäftigen. Er soll darüber nachsinnen und Tag und Nacht immer darüber nachdenken. Also ein intensives Vertrautwerden mit diesem Wort. Damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Das ist die Pointe. Nicht nur intellektuelles Wissen ansammeln, weiß alles, was da gesagt ist. Sonst geht er darum, es zu wissen, um es wirklich zu tun. Und sein ganzes Tun danach auszurichten, was Gott im Gesetz befohlen hatte und gesagt hatte. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Alles die Erfolgsgarantie. Wer sich auf das Wort Gottes stützt mit seinem ganzen Leben, es wirklich intensiv studiert, betrachtet, darüber nachdenkt und es umsetzt in sein Leben, es einfach tut und danach handelt, sich davon prägen lässt, der wird Erfolg haben. Und es heißt dann noch abschließend noch eine Ermutigung für diesen Joshua, wo sich der Kreis wieder ein bisschen schließt. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern. Denn ja, weil dein Gott steht dir bei, wo du auch bist. Das ist doch toll, ne? Gott steht mir immer bei, wo ich auch bin. Das Besondere ist, dass diese Verheißung nicht nur dem Joshua gesagt wird, sondern es wird auch allen Kindern Gottes im Neuen Testament gesagt, dass Gott uns beisteht und uns nie verlassen wird. Also das ist eine wunderbare Ermutigungsrede, die Gott dem Joshua gibt und die auch vom Prinzip her jedem Kind Gottes gilt. Ein zweites Highlight, was wir anschauen wollen, ist der rettende Glaube einer Prostituierten in Jericho. Aber das ist sehr interessant, dass es nicht, dass die Heldin dieser Geschichte eben eine Prostituierte ist. Das ist ähnlich wie in den Evangelien, wo oft die Helden der Geschichte, die sind, die in der Gesellschaft gar nicht anerkannt sind, die außen vor sind. Zöllner, Sünderin, Samariter und sonstige Leute, die Arme, Aussätzige und so weiter. Das sind die Helden auch im Neuen Testament bei Jesus und hier auch in dieser Geschichte. Der Held dieser Geschichte ist eine Prostituierte. Die Kundschafter, die kommen nämlich zu Rahab, die israelischen Kundschafter kommen zu Rahab, die quartieren sich da bei ihr ein und wollen die Stadt ausspionieren. Und das ist eben unverfänglich, bei einer Hure hinzugehen, bei einer Prostituierten. Das fällt nicht so auf, wenn da Leute da in ihr Haus gehen. Das ist normal. Aber es fliegt dann auf. Es wird irgendwie bekannt, der Stadtkönig bekommt Wind davon und schickt seine Soldaten und erwartet praktisch, dass die Rahab jetzt diese Leute ausliefert. Das tut sie aber nicht, sondern sie versteckt sie. Und nicht nur das, dass sie sie auf dem Dachboden versteckt oder so Flachs und so, so richtig schön, richtig versteckt, dass man sie nicht sieht. Aber nicht nur, dass sie sie versteckt, sondern sie legt auch noch eine falsche Fährte und belügt praktisch die Soldaten und sagt, auch die, die sind schon wieder gegangen. Ja, ich weiß aber nicht wohin, aber wenn ihr da euch beeilt, dann könnt ihr die vielleicht noch erwischen. Sie sind bestimmt da und da hingegangen. Und so gehen die Soldaten unverrichtet Dinge wieder weg und versuchen dann diese Kundschafter einzufangen, die aber immer noch auf dem Dachboden von der Rahab versteckt waren. Und dann kommt das Highlight eigentlich dieser Geschichte, dass Rahab ein großartiges Bekenntnis ablegt und auch um ihre Rettung bietet, nicht nur um ihre Rettung, sondern auch um die Rettung ihres ganzes Hauses, ihrer ganzen Verwandtschaft und Familie. Und dieses Bekenntnis der Rahab zeigt, dass sie einen enormen Respekt vor Gott hat und ihr Vertrauen auf Gott gesetzt hat in der Zwischenzeit. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 8 folgende dieses Bekenntnis. Noch bevor die beiden Israeliten, also diese Kundschaft, die sich schlafen gelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Das hat die gewusst. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Also das Schrecken vor dem Volk Israel ist praktisch ihnen vorausgegangen und war den anderen schon in die Glieder gefahren, bevor die überhaupt ihren Fuß in das feisene Land gesetzt hatten. Denn wir haben gehört, das ist der Grund, warum die so erschrocken sind und Angst haben vor Israel, denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgedockt hat, als ihr aus Ägypten zog, vor fast 40 Jahren. Ein gigantisches Wunder, auch mit der Vernichtung des Heeres vom Pharao. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Sihon und Ok. Ihr habt den Bann an ihnen vorstreckt und sie völlig vernichtet. Da wurde Mann und Maus umgebracht. Und diese Kunde von den Machttaten Gottes für Israel und dieses Bannes auch für die Bevölkerung im eroberten Land hat die Leute in höchste Alarmbereiflung und höchsten Schrecken und Angst versetzt. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren, sagt sie. Ich denke, dass es die Kundschafter sehr gerne zur Kenntnis genommen haben und sehr erfreut waren über das, was sie da hörten, dass die anderen ihren ganzen Mut verloren haben. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Das heißt, die Rahab, diese Prostituierte, hat ein Stück weit erkannt, wer Jahwe ist, der Gott Israels und erkennt dies voll an. Und daraus kommt eine Bitte um Rettung. Nun bitte ich euch, schwört mir bei Jahwe, dass ihr meine Familie genauso verschont, wie ich euch verschont habe. Also ihre Wohltat an den Kundschaftern sollen die jetzt wieder gut machen und ausgleichen, indem sie ihr Wohltun und sie nicht vernichten, wenn sie dann die Stadt einnehmen werden. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meine Angehörigen, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alle, die zu ihnen gehören, am Leben lasst, dass ihr uns rettet vom Tod. Ein wichtiger Punkt ist hier, die Rahab war nicht damit zufrieden, ihr eigenes Leben zu retten. Sie war nicht erst zufrieden, wenn ihre ganze Verwandtschaft auch gerettet wird. Ich denke, das ist eine gute Botschaft auch für uns. Wenn wir Kind Gottes geworden sind und errettet werden vor ewiger Verdammnis und vor dem ewigen Tod, dann sollten wir uns damit allein nicht zufrieden geben. sondern wir sollten Gott anflehen und alles dafür tun, dass auch unsere Verwandtschaft, Vater, Mutter, Geschwister und alle, die da zu denen gehören, auch gerettet werden. Aber dieses Herz für die Verlorenen hatte die Rahab und sie war nicht nur egoistisch auf ihre Errettung bedacht, sondern sie hat sofort auch um die Errettung aller ihrer Lieben gebetet. Und gebeten. Da sagten die Kundschafter zu ihr, unser Leben steht für euer Leben. Wenn ihr unsere Sache nicht verratet, werden wir dich und deine Angehörigen verschonen, wenn Jahwe uns dieses Land gibt. Also diese Bitte wird ihr gewährt. Ihnen wird Verschonung zugesagt. Dann macht sie noch Fluchthilfe für die Kundschafter, indem sie ihnen Tipps gibt, wo sie sich verstecken sollten, dass sie erstmal ins Gebirge gehen sollen, drei Tage, drei Nächte und dann, wenn die Suchtrupps unverrichtete Dinge zurückgekehrt sind, dann können sie zurück zu ihren Leuten und das Haus Rahabs wird dann zur Rettungsinsel. Wie so eine Rettungsarche wird plötzlich das Haus der Rahab zu dieser Rettungsinsel. Also ein Bordell sozusagen wird zur Rettungsinsel, wo Menschen selig werden, also gerettet werden und ihr Leben erhalten. In Vers 17 bis 21. Und die Kundschafter sagen, damit wir unser Eid halten können, musst du Folgendes tun. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns herunterlassen wirst und hole deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und alle deine Verwandten zu dir ins Haus. Also die Vorbedingung für die Rettung dieser Verwandtschaft ist, dass sie wirklich ins Haus der Hure Rahab kommen. Niemand darf das Haus verlassen, sonst ist er selbst für seinen Tod verantwortlich und wir sind von unserem Eid frei. Doch für jeden, der im Haus bleibt, tragen wir die Verantwortung, dass niemand ihn antastet. Natürlich darfst du auch unsere Sachen nicht verraten, sonst sind wir nicht mehr an den Eid gebunden, den wir dir geschworen haben. Einverstanden, sagt sie. So soll es sein. Und sie ließ sie gehen, dann bandt sie die rote Schnur ans Fenster. Und so wird ihr Haus, dieses Bordell, wird praktisch zur Rettungsinsel für sie und ihre gesamte Verwandtschaft. Die Kundschaften können dann erfolgreich fliehen und in Kapitel 6 erfahren wir dann, dass die Kundschaften auch Wort halten und diesen Schwur vor Jahwe ernst nehmen und tatsächlich Rahab und ihr ganzes Haus verschonen. In Kapitel 6, Vers 17 lesen wir, aber die ganze Stadt mit allem, was darin ist, soll den Bann Jahwe zerfallen. Nur Rahab, die Hure, die unsere Kundschaft da versteckt hat, soll mit allen Menschen in ihrem Haus verschont werden. Und Vers 23, da gingen die jungen Männer hin und brachten Rahab zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter und ihren Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und wiesen ihnen einen Platz außerhalb vom Lager Israels an. So verschonte Vers 25 Joshua die Hure Rahab und ihre ganze Familie, weil sie die Kundschaft in Jericho versteckt hatte und sie lebt ja heute noch in Israel. Und die Geschichte ist damit interessanterweise noch nicht zu Ende, sondern wir werden dann überrascht, wenn wir im Neuen Testament dann schauen und folgendes Lesen im Stammbaum Jesu in Matthäus 1, Vers 5. Da heißt es, Salmon wurde der Vater von Boaz, die Mutter war Rahab, diese Frau. Boaz wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth, auch eine Ausländerin, die war Moabiterin. und dieser Obed wurde der Vater von Isai, also Jesse und Isai war der Vater von König David. Und König David war nach der irdischen Abstammung der Vater, Vorfahre von Jesus. Also diese Hure Rahab, die diesen Glauben hatte, die wird damit letztlich belohnt, nicht nur, dass sie ihr Leben davon trägt und das Leben ihrer Familie retten kann, sondern sie wird auch noch eingereiht in den Stammbaum der Könige Israels aus dem Hause David und letztlich damit auch in den Stammbaum Jesu. Das ist Gnade, wenn Gott einen gläubigen Lohn gibt. Ein weiteres Highlight ist der Sieg über Jericho und die Niederlage vor Ai. Ich habe hier ganz bewusst nicht nur den Sieg herausgestrichen, sondern beides in der Kombination Sieg über Jericho und Niederlage vor Ai. Denn der Sieg über Jericho war eine völlig einzigartige Sache. Nie wieder davor, nie wieder danach gab es so ein Wunder in der Kriegsführung, dass also die Stadtmauern in sich zusammengefallen sind, ohne dass da auch nur jemand Hand anlegte. Also ein absolutes Eingreifen in Gott ist völlig souverän. Das kann Gott, aber das ist nicht der Standard, wie Gott es immer macht. Also so ist das Land nicht erobert worden. Alle anderen Städte, die erobert worden sind, da musste einfach auch gekämpft werden und so. Aber bei dieser ersten Stadt, bei Jericho, ging es ohne Kampf und Gott hat souverän in seiner Macht hier gehandelt. Völlig souverän durch ein Wunder. Deswegen ist es zwar eine wahnsinnig tolle Geschichte, aber lehrreicher ist eigentlich die Niederlage vor Ei. Da kann man viel wichtigere Lehren daraus ziehen für den Dienst und den Kampf, den das Volk Gottes zu tun hat. Schauen wir uns mal diese doppelte Geschichte an, den Sieg über Jericho und kurz darauf die Niederlage vor Ei. Das hängt nämlich auch zusammen, die beiden Sachen. Bevor der Kampf gegen Jericho aufgenommen wird oder dieser Umzug um Jericho, zeigt Gott dem Joshua etwas von der unsichtbaren Welt, also von der Realität, der geistlichen Realität hinter unserer sichtbaren Realität. Und das finden wir in Kapitel 5, die Verse 13 bis 15 des Buches Joshua. In der Nähe von Jericho sah Joshua sich plötzlich einem Mann gegenüber, der ein gezogenes Schwert in der Hand hatte. Joshua ging auf ihn zu. Ziemlich mutig, dachte ich immer. Wir hatten ein gezogenes Schwert, der geht auf ihn zu. Offenbar hat er nicht so feindlich geguckt. Joshua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Also ganz sicher ist er sich da nicht. aber immerhin keine Angst und geht auf diesen Mann mit dem gezückten Schwert zu. Gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Also er sieht ihn einfach klar als Mensch. Und der Mann mit dem gezückten Schwert sagt, zu keinem von beiden, zu keinem von beiden, sagte der Fremde. Ich bin der Befehlshaber des Heeres Jahwes und bin gerade angekommen. Ich bin der Befehlshaber des Heeres Jahwes. Also entweder meint er das Engelheer, das Unsichtbare, dass Gott auch da irgendwie hineinwirft in diese ganzen Eroberungszüge. Oder er sagt damit, ich bin der eigentliche, geistliche Befehlshaber von der unsichtbaren Welt her gesehen, über das Heer Jahwes, das heißt über das Volk Israel. So wie der Engel Michael eben für Israel eintritt. Vielleicht ist es der Engel Michael, den er hier sieht, es wird nicht näher erklärt. Da warf sich Joshua voller Ehrfurcht vor ihm auf den Boden. Also Joshua erkennt sofort die Autorität dieses Mannes und unterwirft sich. Eben unter diese Engelrealität wohl hier. Unterwirft sich ihm, sagt, ich bin dein Diener, was befehlst du mir, Herr? Und das, was er dann sagt, erinnert an ein Ereignis, was wir schon mal gehört haben, nämlich an die Berufung Moses. Denn er sagt, zieh deine Sandalen aus, erwiderte der Befehlshaber des Heeres Gottes. Du stehst auf heiligem Boden. Und Joshua gehorchte. Also wir haben hier eine ganz klare Anspielung auf die Berufung Moses damals durch Jahwe. Das war der Ausgangspunkt, weshalb Moses dann auch Kraft hatte und Power hatte, diesen Aussuch aus Ägypten dann wirklich in Angriff zu nehmen. Dass Gott ihn beruft. Und hier haben wir wieder eine Begegnung, bevor es wirklich jetzt ernst wird und es zum ersten Auseinandersetzung im Land kommt, haben wir wieder eine Begegnung des neuen Führers, Joshua. Und er begegnet hier offenbar einer himmlischen Gestalt, die von sich sagt, ich bin der Befehlshaber des Heeres Jahwes. Dieser Befehlshaber des Heeres Jahwes ist nicht Joshua. Joshua ist der Befehlshaber des Heeres Jahwes, also von Israel, im sichtbaren Bereich. Aber hier gibt es oftbar noch einen anderen Befehlshaber im unsichtbaren Bereich. Und der steht viel höher als Joshua, deswegen unterwirft sich auch Joshua. Also sehr markante Einleitung dieses Sieges über Jericho, dass ihm dieser himmlische Heerführer des Volkes Israels gezeigt wird. Dann kommt diese wundersame Eroberung Jerichos, die wir alle aus der Kinderstunde kennen, oder das ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel überhaupt, wo das Volk Israel also sieben Tage lang je einmal einfach um die ganze Stadt ziehen muss und schweigend und dann am siebten Tag dann siebenmal um diese Stadt ziehen muss und dann, nachdem sie siebenmal rumgezogen waren, ein laues Kriegsgeschrei anstimmt und dann stürzen die Mauern ein. Also eine völlig verrückte Sache, es ist nicht die normale Art und Weise, wie Kriege geführt werden und Städte erobert werden und Gott hat es auch nie wieder so gemacht. Es ist ein einzigartiges Wunder, was Gott hier gemacht hat und das war der Auftakt. Danach musste schon mehr physisch gekämpft werden. Aber der Zusammenbruch der Stadtmauern in Jerichos und die waren enorm stark befestigt, ja, eigentlich ziemlich unüberwindbar, aber der geschieht nicht durch Menschenhand, sondern der Zusammenbruch der Stadtmauern beginnt durch ein Wunder Gottes. Und dann, nachdem die Mauern gefallen sind, ist die Stadt praktisch sturmreif und wird auch gestürmt und dann gibt es zwei Dinge. Es gibt etwas, was Beute sein darf, und alles andere, was nicht erbeutet werden soll, das sollte erschlagen werden, das soll unter den Bann kommen. Also Beute und Bann. Und Gott hat genau definiert, was ist Beute und für wen und was ist Bann. Und das müssen wir mal kurz lesen, Beute und Bann, die Vers 17, da heißt es, aber die ganze Stadt mit allem, was darin ist, sollte Bann-Jabes verfallen sein. Also es geht um die Menschen. Alle Menschen sollen praktisch umgebracht werden. Das hat seinen geistlichen Hintergrund, dass die Missetat der Amoriter jetzt nach Hunderten von Jahren voll ist und es jetzt wirklich zur Vernichtung und zum Gericht über die Amoriter kommt. Und alle in der Stadt sollen getötet werden. Nur Rahab, die Hure, die unsere Kundschaft da versteckt hat, soll mit allen Menschen in ihrem Haus, in dieser Rettungsinsel, die soll geschont werden. Also das war der Bann. Alle Menschen sollten erschlagen werden. Bis auf Rahab und ihre Familienangehörigen. Hütet euch davor, warnt Gott durch Joshua, hütet euch davor, irgendetwas von dem Gebannten zu begehren und an euch zu nehmen, sonst bringt ihr das Lager Israels unter den Bann und stürzt es ins Verderben. Also, dass man jetzt meinetwegen da ein hübsches junges Mädchen sieht oder eine hübsche Frau und sagt, naja, die erschlage ich nicht, sondern die nehme ich, die nehme ich mir so als Geliebte oder so. Irgendwie sowas. Das ging nicht. Man durfte hier keine Schonung machen, sondern es war Gottes Befehl, das Gericht diesen Bann vollkommen zu vollstrecken an dieser Bevölkerung. Und jetzt zur Beute. Alles Gold und Silber und alle Gegenstände aus Bronze und Eisen sind für Jahwe bestimmt. Es war praktisch die erste Stadt, die erobert wurde und alle Beute von dieser ersten Stadt, Gold, Silber, Bronze, die gehörte 100% Gott. Da durfte man sich nichts nehmen. Das ist ein wichtiges Prinzip, Gott zuerst. Gott schenkt uns aus seiner Kraft durch sein Wunder diesen Sieg und aller Ruhm, alle Beute gehört ihm. Das war die Idee. Bei den späteren Eroberungen durften sie Beute machen für sich selber. War kein Problem. Kein Thema. Aber hier, bei der Erstlingsstadt, die erobert wurde, sollte 100% der Beute, Gold, Silber, alle Gegenstände aus Bronze und Eisen, die waren für Gott bestimmt und sollten kommen in den Schatz seines Heiligtums. und das war die klare Ansage. In Vers 21 heißt es dann, mit dem scharfen Schwert in der Hand vollstreckten sie den Bann an allem, was in der Stadt lebte, an Männern und Frauen, Alten und Jungen, Rindern, Schafen und Eseln. Sogar die Tiere mussten erschlagen werden. Dieser 100%ige Bann, alles was lebt, musste erschlagen werden. Und Vers 24 Dann wurde die ganze Stadt niedergebrannt. Also die Stadt muss ja auch praktisch eingeäschert werden. Ein wirklich starkes Symbol der Totalvernichtung. Dann wurde die ganze Stadt niedergebrannt. Nur das Gold und das Silber, die Eisen und die Bronzer in den Gegenständen brachte man in den Schatz im Heiligtum Gottes. Und eben die Rahab und ihre Leute, die wurden verschont. Also Beute und Bann in Jericho, eine Ausnahmesituation, alles Lebende kam unter den Bann. Gold, Silber, Bronze, Eisen kamen in das Schatzhaus Gottes. Rahab und ihre Verwandtschaft wird dann gerettet, das haben wir schon vorhin gesehen. Und dann gibt es noch einen Fluch, den Joshua ausspricht, in Vers 26. Und das zeigt einfach, dass Jericho diese kraftvolle Stadt mit diesen ultrastarken Mauern, die unbesiegbar schien, das soll auf Jahrhunderte hinweg und auf alle Zukunft hin als Symbol des kraftvollen Sieges Jahwes erscheinen. Und deswegen wird hier ein Fluch ausgesprochen in Kapitel 6, Vers 26. Damals ließ Joshua das Volk diesen Eid schwören. Verflucht sei der Mann, der sich erhebt und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihre Fundamente legt, kostet es ihn seinen ältesten Sohn. Da muss er einen hohen Preis zahlen, wenn er diese Stadt wieder aufbaut. Wenn er ihre Tore einsetzt, also wenn es zum Abschluss des Wiederaufbaus kommt, seinen jüngsten Sohn. Also wer es wagt, diese Stadt wieder aufzubauen, es wird ihm zwei Söhne kosten. Der eine, wenn er anfängt und der andere, wenn er fertig wird mit der Arbeit. Dieser Fluch ist dann später tatsächlich auch eingetroffen. In 1. Könige 16 lesen wir, was dann viele Jahrhunderte später passiert ist mit dem, der diese Warnung und diesen Fluch ignoriert hatte. In 1. Könige 16 Vers 34 lesen wir, in seiner Regierungszeit, also das war die Zeit des Königs Ahab vom Nordreich, in seiner Regierungszeit baute Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf, trotz dieses Fluches, der damals von Joshua ausgesprochen wurde. Hier, hieß der Mann. Als er die Fundamente legte, kostete ihn das sein ältesten Sohn Abiram und als er die Tore einsetzte, kostete ihn das sein jüngsten Sohn Sekub. So erfüllte sich das Wort Jahwes, das er durch Joshua Ben-Nun, der Sohn Nuns, hatte sagen lassen. Also ein Fluch, der dazu führt, dass jahrhundertelang die Stadt nicht wieder aufgebaut wurde. Dann hat sich er hier ertreistet, entgegen dieser Aussage, es trotzdem zu machen und er hat den Preis dafür bezahlt. Sein ältester Sohn und sein jüngster Sohn starben. Eine sehr ernste Sache, wenn man hier gegen einen Fluch handelt, der hier auf dieser Handlung war. Und nach diesem Sieg über Jericho, wie kann es anders sein, ist klar, ist Joshua in aller Munde. Aber nicht als Star, der begeistert gefeiert wird, sondern als der, wo der Name, allein wenn man ihn schon hört, einfach den Leuten Angst einflößt. Im ganzen Land sprach man von ihm. Das war das totale Thema, das Tagesgespräch, was Joshua dort in Jericho gemacht hat, was da in Jericho passiert ist. Also ein gigantischer Sieg für Israel, ein absolutes Wunder Gottes, aber die Geschichte ist nicht zu Ende, denn es kommt ein kleines Aber. Kapitel 7, Vers 1. Aber die Israeliten veruntreuten etwas von dem Gebannten. Na, wir haben gehört Beute und Bann. Und das, was Gott verbannt hat, also auch Tiere, das wurde von Israelien jetzt veruntreut. Und das Ganze hat auch einen Namen, Achan, der Sohn Karmis, der von Sabti und Serach abstammte und aus dem Stamm Judah war, also ein Judäer, einer der führenden Stämme. Er vergriff sich an dem, was Gott gehörte, also von dieser Beute, Gold, Silber, Bronze, Eisen, da flammte Jahwes Zorn gegen die Israeliten auf. Ach, Hans Sünde. Aber das wusste niemand, die war heimlich. Das haben nur ganz, ganz wenige überhaupt mitbekommen. Auf jeden Fall hat Joshua davon nichts mitbekommen. Und dann setzt es im Gefolge einige Tage später eine überraschende Niederlage vor Ai. Ai ist eine viel kleinere Stadt, viel, viel weniger Leute. Und also nach diesem gloriosen Sieg über Jericho waren wir ja also gedacht, naja, also Ai, das ist ja ein Bibifax gegen Jericho, da brauchen wir gar nicht alle Leute bemühen, da genügt so eine kleine Unterabteilung, wenn man da mal 3.000, 4.000 Leute hinschickt vom Heer, die erledigen, dass wir mit Links im Vorübergehen. So war die Denke. Und dann gehen sie auch in dieser Haltung dahin, wir machen das schon, noch im Bewusstsein dieses großartigen Sieges bei Jericho, jetzt gehen sie da hin mit ein paar tausend Leute und völlig wiedererwarten, machen die Leute der Stadt einen Ausfall, greifen die Angreifer an und verjagen die und töten etwa 36 Mann. Und dann kommt diese Kunde zu Joshua, also gerade eben noch ganz oben im siebten Himmel nach dem Sieg über Jericho und jetzt kommt die Kunde, wir haben eine krachende Schlappe erlitten in Ai, diesem kleinen Nest da, die haben uns hier besiegt, also unsere Soldaten, drei, vier tausend Leute, die wir hingeschickt haben, haben hier schändlich fliehen müssen. Und jetzt sehen wir einen Zug Josuas, der jetzt gar nicht so rühmlich ist, einerseits macht er schon das Richtige, aber wir sehen auch, dass es auch irgendwie schwach ist von Joshua an dieser Stelle. Da verlor das Volk allen Mut. Und das ist wieder mal typisch Volk, heute ein gewaltiger Sieg, da können sie Bäume ausreißen und die ganze Welt erobern, ein paar Stunden später verlieren sie allen Mut. Das haben wir bei Jesus auch, Einzug in Jerusalem, Hosianna gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn und ein paar Stunden später kreuzige ihn, kreuzige ihn. Also das Volk kann stimmungsmäßig durch auffallende Gefühle von brutaler Begeisterung ganz schnell in brutale Frustration und Depression geraten. Das ist leider normal, diese Achterbahnfahrt der Gefühle, das Volk ist da sehr wetterwendig und heute so, heute top, morgen flop. Und das sind Leiter gefragt. Da braucht es Leiter, die kühlen Kopfbewahren und die Richtung vorgehen und sagen, mal stoppen, mal langsam. Also so und so. Und Joshua hat zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz dieses Format, sich in Mose hinzustellen und gegenzusteuern, sondern Joshua lässt sich praktisch auch deprimieren durch diesen Bericht. Wir lesen hier, da verlor das Volk allen Mut. Joshua und die Ältesten zerrissen ihre Gewänder, also vor Entsetzen, man hat sich das Gewand so eingerissen, so ein paar Zentimeter, das war praktisch Entsetzen, Symbol des Entsetzens und auch der Trauer. Sie streuten sich Erde auf den Kopf und warfen sich vor die Lade Jahwes auf den Boden, haben gebetet. Naja, das ist schon mal nicht schlecht, zu beten in so einer Situation. So lagen sie bis zum Abend, also stundenlang, waren sie praktisch jetzt in Trauer und Entsetzen vor der Lade am Boden und beten und sind ganz verzweifelt. Und Joshua betete. Und das, was Joshua hier betet, ist nicht so das große Vorbild des Glaubens. Also auch Führer haben schwache Stunden und das ist hier jetzt keine Glanztat von Joshua, sondern wie er betet, das erinnert uns auch an etwas, was wir schon in der Vergangenheit des Volkes Israels kennen. Joshua bete, ach Herr Jahwe, warum hast du uns nur über den Jordan geführt, wenn du uns nun in die Hand der Amoriter fallen lässt, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch daran genügen lassen, auf der anderen Jordan-Seite zu bleiben. Wären wir doch bloß nicht über den Jordan. Aber dieses Gejammere, was jetzt dieser Joshua anstimmt, ist sowas vom Unglauben geprägt, als hätte er die ganzen Wunder Gottes vergessen. Also er hat eigentlich den gleichen Jammerton drauf, wie das Volk Israel in der Wüste, was immer und immer wieder gearbeitet hat, ach, wäre man nur in Ägypten geblieben, wäre man nie ausgezogen, oh Mose, warum hast du uns überhaupt rausgeholt, wir werden ja alle sterben, ja, alles nur schwarz gesehen und so. Und da ist Joshua nahtlos auf dieser Schiene. Das ist wirklich erstaunlich. Das zeigt uns aber auch, dass die Leiter auch nicht vom Himmel fallen und von Anfang an gleich perfekt sind, sondern auch Wachstumsprozessen unterliegen. Und hier ist eine der ganz dunklen Stunden Joshua's, wo er eben nicht als Glaubender jetzt die Richtung anzeigt und neuen Mut macht, sondern er selbst gibt sich der Depression hin, das Selbstmitleid fängt an Gott an zu klagen und zu jammern wie die anderen auch. Das ist nicht Führungsstärke. Da ist noch Luft nach oben. Ach Herr, ja, warum hast du uns nur über den Jordan geführt, wenn du uns nun in die Hände der Amoriter fallen lässt, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch daran genügen lassen, auf der anderen Jordanseite zu bleiben? Genau der gleiche Yamato, wären wir doch nur in Ägypten geblieben, wären wir doch nur dort, wären doch nur das, wären doch nur das. Vielleicht hast du dich auch schon mal erlebt, ach, hätten wir nur nicht. Wo doch die korrekten und richtigen Schritte gegangen wurden. Bitte Herr, was soll ich denn jetzt sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden geflohen ist? Also fühlt sich völlig hilflos, was jetzt in der Situation machen soll. Wenn das die Kananiter und die anderen Bewohner des Landes hören, werden sie uns umbringen, unseren Namen in diesem Land auslöschen. Jetzt hat er auch noch ganz schlimme Fantasien, was jetzt passiert. Worst-Case-Szenario sozusagen, entwickelt er jetzt gerade. Was wirst du dann für die Ehre deines großen Namens tun? Noch ein bisschen fromm, noch ein bisschen fromme Kurve noch gekriegt. Und es ist interessant, dass Gott gar nicht so groß darauf eingeht, auf seinen Jammer-Dauer-Ton. Das war ja stundenlang, schließlich war er hier so in dem Tenor vor Gott gelegen. und Gott antwortet, indem er einfach die Ursache der Niederlage zeigt. Da sagte Jahwe zu Joshua, steh auf, warum liegst du hier auf dem Boden? Also obwohl es jetzt hier stundenlanges Gebet war, es war gar nicht das, was Gott wollte. Vor allem nicht so einen Jammer-Dauer-Ton da ablassen. Und ach, wären wir doch nur, hätten wir doch nicht und so weiter. War überhaupt keine Perspektive nach vorne. Er sagt, steh auf und Gott offenbart hier einfach und zeigt an, woran die Niederlage lag. Was der Grund dieser Niederlage war. Und Gott zeigt es in Vers 10 bis 12. Er sagt, Israel hat gesündigt, das Volk hat den Bund gebrochen, den ich mit ihm geschlossen habe. Sie haben etwas von dem Gebannten genommen. Die haben meinen Befehl einfach ignoriert, nicht wirklich ernst genommen. Sie haben sie an den Gebannten vergriffen. Das ist der Grund. Und deswegen gibt es Niederlage. sie haben sich an den Gebannten genommen, sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Die Israeliten werden ihren Feind nicht mehr standhalten können. Sie werden vor ihnen fliehen müssen, denn sie sind selbst zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht alles, was ihr aus dem Gebannten genommen habt, vernichtet. Also der Fehler muss wieder korrigiert werden, muss in Ordnung gebracht werden. Alles, was ihr aus dem Gebannten genommen habt, muss vernichtet werden. Und es kommt dann zur Strafe Achans. Also Achan, der Urheber dieser Sache, der Sachen beiseite geschafft hat und wahrscheinlich hat er auch noch andere Leute mit inspiriert. Der wird bestraft und interessanterweise ist der Bericht über die Strafe Achans praktisch genauso ausführlich wie der ganze Rest des Kapitels. also das ist etwa 50% des Stoffumfangs ist nur die Strafe über Achan. Das wird also ganz stark ausgewalzt, wie der erstmal ermittelt wird durch Losziehen, also auch hier kommt Gottes Offenbarung, aber schlussendlich kommt genau ans Licht, er ist der Mann, er ist derjenige, der sich an den Verbanden begriffen hatte und er ist backgeschuld an der Niederlage von Ai, die anderen Leuten das Leben gekostet hat. Und die Strafe Achans war, dass dann er und ich glaube auch sein ganzes Haus gesteinigt wurde. So wie du uns ins Unglück gebracht hast, wird Jahwe heute dich ins Unglück bringen. Dann steigte ganz Israel ihn und alles, was zu ihm gehörte. Nicht nur ihn, sondern alles, was auch zu ihm gehörte. So wie Rahab errettet wurde und alle, die zu ihr gehörten, so wird Achan getötet und alle, die zu ihm gehörten. Die Verantwortung eines Familienoberhauptes ist groß. Er kann seine Familie zur Rettung führen, er kann seine ganze Familie ruinieren. Achans Strafe ein abschreckendes Beispiel natürlich und eine ganz wichtige Lektion. Ich denke, aus der Niederlage vor Ai konnte und musste mehr gelernt werden, als aus dem Sieg aus Jericho. Und nachdem Achan bestraft wurde und das böse Barstas der Mitte Israels getilgt wurde, kommt es zur Ankündigung des Sieges über Ai und Gott sagt dann auch, wie der Plan aussehen soll in Kapitel 8, das ist dann alles beschrieben, wie der Sieg dann gelaufen ist. Aber das ist die geistliche Wende gewesen, die Kurve. der Anlass für den Niederlag, die Sünde, die muss beseitigt werden und der Sünder hier in dem Fall auch. Das vierte Highlight, was ich berichten möchte heute, ist die List der Gibioniter. Die Gibioniter waren auch in dem verheißenen Land und waren von daher auch potenziell Todeskandidaten, die dem Bann verfallen sollten und die ausgelöscht werden sollten, damit Israel in dieses Land hineinkommt. Und die Gibioniter, die sind ein bisschen anders als die anderen Einwohner des Landes, denn die setzen nicht auf Kampf und Widerstand gegen Israel, sondern die setzen auf List. Kapitel 9, 1 bis 2 finden wir das. Alle Könige im Westjordanland hörten von den Siegen Israels, ob sie im Gebirge, in der Shephala oder in der Küstenebene des Mittelmeeres hin zum Libanon hin lebten. Die Editer, die Amoriter, die Kanone, die Ferese, die Hibide und die Jebusiter. Da daten sie sich zusammen, um gemeinsam gegen Joshua und Israel zu kämpfen. Also die Siege Israels haben sich herumgesprochen und die anderen, die sagen, wir müssen uns zusammentun, wir müssen uns verbünden, um Stand halten zu können. Das war die normale Reaktion. Aber als die Einwohner von Gibeon jedoch hörten, was Joshua mit Jericho und Ei gemacht hatte, die wurden nicht total vernichtet, griffen sie zu einer List. Also List statt Kampf. Und ihre List bestand darin, dass sie eine weit entfernte Herkunft vortäuschten. Also sie taten so, als ob sie in großer Entfernung von Israel wohnen würden. Und jetzt kommen sie, um sich mit Israel zu verbrüdern, zu verbünden und es sind auch keine Gefahr für Israel, weil sie ja ganz weit weg wohnen und das machen sie anhand von zerrissenen Lumpen und schimmeligen Nahrungsvorräten und so weiter. Sie suggerieren praktisch, dass sie jetzt Monate unterwegs waren, um zu kommen und Joshua zu karolieren für seinen Sieg und dass sie eben mit ihm Frieden machen und sie sind ja weit, weit, weit weg. Das war ihre List. Und die List hat auch funktioniert, die gehen den Gibeon praktisch auf den Leim, denn es heißt in Vers 14, die Israeliten untersuchten das Brot, was so schimmelig war, aber sie versäumten es, Jahwe zu fragen. Also sie verließen sich auf das, was sie selber herausfinden konnten, haben aber nicht Gott befragt. Haben an dieser Stelle gedacht, das können wir selber entscheiden. Wir sind schlau genug. Ja, wir stellen fest, ja, die sind tatsächlich von weit her gekommen und haben Gott nicht gefragt. Das ist auch ein schwerer Fehler, an zu entscheidenden Punkten Gott nicht zu fragen. Und das Ergebnis, weil sie Gott nicht gefragt haben, war, dass so gewährte Joshua ihnen Frieden und sicherte zu, sie am Leben zu lassen. Die Führer des Volkes bekräftigen den Vertrag mit einem Eid. Denn das war nach dem Gesetz Gottes, mit Leuten, die weit entfernt sind, konnte man Frieden schließen. Aber mit Leuten, die im verheißenen Land wohnen, die mussten vertilgt werden und Israel an ihrer Stelle dort wohnen, damit sie auch nicht zum Götzendienst verführt werden von diesen Ureinwohnern. Und sie sind dieser List auf den Leim gegangen und haben einen Frieden geschlossen mit ihnen. Aber ist ja klar, sowas kann dann nicht lange verborgen bleiben. Ein paar Tage später schon ist die ganze Täuschung aufgeflogen, denn die Israeliten in ihren Eroberungszügen sind dann plötzlich auch an den Wohnsitz dieser Gibeoniter gekommen, wo diese Typen, mit denen sie vor drei Tagen einen Friedensvertrag geschlossen haben, eigentlich zu Hause sind und wohnten. Also mit nicht weit entfernt, sondern mitten im Land Israel. Also die Täuschung fliegt auf, das war klar. Und jetzt ist es interessant, dass der Schwur aber trotzdem gilt. Es wird jetzt nicht gesagt, ihr habt da falsche Tatsachen vorgespiegelt, wir sind nicht an eine Schwur gebunden. Nein, sie fürchten sich, sie haben ihnen vor Jahwe Frieden zugesichert und diesen Schwur wollen sie nicht brechen, weil dadurch einfach auch Jahwe in Mitleidenschaft gezogen würde, als irgendwie unzuverlässig und so. Der Schwur bei Jahwe war unumstößlich, der musste eingehalten werden. Und das sehen wir auch in Versen 18 bis 21, dass sie praktisch keine Möglichkeit sehen, denen jetzt was Böses zu tun. Sie haben ihnen diesen Frieden und ihr Leben garantiert. Das Einzige, was sie machen, ist, dann seid ihr praktisch einfache Arbeiter, bei uns Wasserträger und Holzfäller und die einfachen Lastarbeiten. Das ist dann euer Job hier in Israel. Ihr könnt am Leben bleiben, aber ihr habt keine Leitungsfunktion hier in unserem Staatswesen, sondern ihr habt dann niedere Aufgaben, einfachere Arbeiten, ihr seid Hilfskräfte. Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, dass die Gibeoniter eine geistliche Motivation hatten für diese List. Und ich denke, dass Gott diese geistliche Motivation ihn letztlich belohnt hat. Also man kann nicht sagen, es waren Fehler Israels, aber es war auch ein Lohn für ihre geistliche Motivation. Und es sind manchmal Dinge, die nicht einfach einzeig aufzulösen sind. Es ist nur, das ist der Grund. Ja, dass die Gibeoniter am Leben gelassen wurden und da weiter in Israel wohnten, war aufgrund eines Fehlers Israels zustande gekommen. Aber es war auch irgendwie Vorsehung Gottes, weil er die geistliche Motivation der Gibeoniter gesehen und belohnt hat. Und diese geistliche Motivation, die lesen wir in Kapitel 7, Vers Kapitel 9, ist das nicht Kapitel 7, ist alles Kapitel 9, Kapitel 9, Vers 22 bis 27. Dann bestellte Josa die Boten aus Gibeon zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr uns getäuscht und behauptet von sehr weit her zu kommen, wo ihr doch ganz nahe in unserer Nähe wohnt. Darum sollt ihr verflucht und für alle Zeit Sklaven für das Haus meines Gottes sein, Holzhauer und Wasserträger. Sie antworten, Joshua, Deinen Dienern wurde zuverlässig berichtet, dass Jahwe dein Gott seinem Diener Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle seine Bewohner zu töten. Darum fürchten wir sehr um unser Leben. Nun sind wir in deiner Hand. Mach mit uns, was du für richtig hältst. Also sie ergeben sich die Hand Josuas, aber sie sagen, was ihre Motivation hat, sie hatten einfach Angst, weil sie dem Glauben schenken, was sie von Jahwe gehört hatten. Also hier ist ein Glauben, ein Vertrauen da, ein Ernst neben dessen, was sie über Gott und seinen Werken und seinen Taten gehört haben. Josuas stand zu seinem Wort und bewahrte die Gibioniter davor, von den Männern Israels getötet zu werden. Also das Einfache Wolk, einfach kurzen Prozess mit denen machen, aber Josuas zeigt Führungsstärke, sagt nein, legt keine Hand an sie, die sollen am Leben bleiben, wir haben es ihnen geschworen. Es steht der Name Jahwes praktisch auf dem Spiel, der könnte in Unehre gezogen werden. Also Josuas stand zu seinem Wort bewahrte die Gibioniter vor, von den Männern Israels getötet zu werden, doch verpflichtet er sie an diesem Tag zum Dienst am Altar Jahwes als Holzhauer und Wasserträger. Sie tun das noch heute an dem Ort, den Jahwe für sein Altar erwählt hat. Diese Notiz zeigt, dass es die Liste der Gibioniter, sehr interessante Geschichte, also wiederum Heiden, die eine geistliche Motivation haben und das führt dazu, dass sie am Leben bleiben dürfen. Die nächste Highlight, das fünfte von acht, die ich vorstellen möchte, ist die erste Phase der Eroberung des Landes, Kapitel 10 bis 11 und da sehen wir einen Südfeldzug und einen Nordfeldzug. Das waren also große Schlachten, die geführt wurden. Das war die erste Phase der Landeroberung. Wir haben Angriff der Südallianz gegen Gibeon, die wollen sich rächen an den Gibeonitern, die sagen, Jericho ist vernichtet, Ei ist vernichtet, die können uns doch mal nicht mehr helfen, sind alle tot und die Gibeoniter, die größer sind als Ei, anstatt uns zu helfen im Kampf gegen Israel, sind sie übergelaufen und mit den Frieden geschlossen. Das müssen sie büßen. Und so ziehen sie Südallianz, das sind fünf Stadtkönige, fünf große Stadtkönige, ziehen Verein mit ihren Herren nach Gibeon, um den Straflektionen zu erteilen und sie umzubringen für ihren Verrat, indem sie sich mit Israel verbündet hatten. Interessanterweise führt das dazu, dass es für Joshua sehr leicht wird, durch Gottes Hilfe dann auf einen einzigen Tag diese mächtigen Könige auf einmal im Feld im Krieg zu schlagen. Wir lesen von einem vernichtenden Schlag Josuas gegen diese Südallianz und das ist ein ganz besonderer Tag, der wird von Gott auch noch verlängert, da ist dieses berühmte Wunder Sonne steht still bei Eyalon und der Mond steht auch still, sodass es lange noch hell ist, die Helligkeitsphase ist verlängert und sie jagen den Feinden nach und können die alle sehr aufreiben und vernichten einen Tag, wie es ihn nie vorher und nie nachher in der Geschichte der Erde gab, auch hier wieder ein Wunder und Josua aufgrund seines Glaubens hat Gott hier ein gewaltiges Wunder bewirkt und dadurch wurde die Vernichtungsschlag gegen die Südallianz auch so durchgreifend. Dann wird noch berichtet, wie die fünf Könige der Südallianz, die so in der Höhle geflohen sind, dann da entdeckt werden und dann auch vernichtet werden. Summarisch wird zusammengefasst, wie weitere wichtige Städte im Südland eingenommen werden, Maketa, Libna, Lachis, Eklon, Hebron, das sind auch durchaus sehr entfernt voneinander liegende Städte, Debia noch und Summarum dann die Einnahme des gesamten Südens, von Kadespanäa bis Gaza im Westen und das Land Goschen ganz im Süden bis Gibeon. Also die ganze Südhälfte des Landes wurde praktisch in diesem Zusammenhang dieses Südfeldzuges und als Folge dieses Sieges beim Südfeldzug praktisch erobert. Dann gab es aber auch noch etwas später den Nordfeldzug, in dem die Stadtkönige des Nordens eine Allianz schmieden und sich verbünden gegen Israel und die ist noch viel stärker und mächtiger als die Allianz im Süden und die marschieren dann mit einem riesigen Heer um gegen Israel den Krieg zu ziehen und treffen sich dort am Wasser Meer rum und bevor es dann losgeht spricht Gott zu Joshua und verheißt ihm den Sieg innerhalb von 24 Stunden über die Nordallianz und Joshua führt dann diesen vernichteten Schlag gegen die Nordallianz und so ist praktisch das Heer das schützende Heer der Städte nicht mehr Innenstädten sondern es ist in dieser Schlacht vernichtet worden und dadurch sind die Städte praktisch ziemlich schutz- und wehrlos und im Gefolge nach dem Sieg gegen die Nordallianz verbrennt dann Joshua die Hauptstadt Hasor da statuiert ein Exempel an dieser Hauptstadt und erobert dann auch die übrigen Städte und vollstreckt den Bann an ihnen es kommt dann zur Einnahme des ganzen Landes von Gosen im Süden bis an Hermon ganz im Norden und das Ganze ist aber ein längerer wahrscheinlich über mehrere Jahre sich erstreckender Krieg wo so eine Stadt nach der anderen dann eingenommen wurde und in dem Zusammenhang wird auch bemerkt dass die Ennerkiter das ist so eine Gruppe wo es auch so Riesen gab also Menschen die besonders hohen Körperwuchs hatten dann auch vernichtet werden das sechste Highlight ist die Landverteilung und mit der Landverteilung beginnt dann die zweite Phase der Eroberung die andere Stadt geht nicht mehr durch das Gesamtheer sondern jetzt ist Aufgabe der einzelnen Stämme ihr Gebiet von den Ureinwohnern zu säubern praktisch es beginnt mit einer Liste noch zu erobern der Städte und Gebiete nach der Landverteilung das Land wurde schon verteilt oder wird jetzt gerade verteilt und dann war festgehalten welche Stämme gibt es da noch welche Städte die noch erobert werden müssen dann kommt es zuerst zur Verteilung des Ostjordanlands die ja Mose schon angeordnet hat die wird in Kapitel 13 8 bis 33 berichtet die Grenzen werden nochmal genannt die ganze Ausdehnung dieses Ostjordanlandes wird bemerkt dass die Stämme die dort dann angesiedelt werden die Gesorid und Machid dann nicht vertrieben haben also ungehorsam waren an der Stelle Levi bekommt kein Land als Erbteil sondern das heißt die Feueropfer Jahwes also dass sie Anteile haben an den Opfergaben die Israel opfert für Gott da haben sie Anteile dürfen sich davon ernähren zumindest zu weit hin teilen die Feueropfer das ist ihr Anteil deswegen bekommen sie kein Stammes Gebiet wir kommen dann nochmal auf die Leviten zurück dann wird Rubens Erbteil geschildert Gats Erbteil Manasses Erbteil einfach wenige Verse einfach kurz die Grenzen und Gebiete gekennzeichnet die Verteilung des Westjordanlands die erfolgt dann durch Joshua das sind die übrigen neuneinhalb Stämme und es beginnt mit dem Stamm Judah und es beginnt aber zuallererst mit Kaleb denn Kaleb war der zweite Kundschafter neben Joshua der positiv berichtet hatte und der einen extra Lohn bekommt und er darf sich da was aussuchen und er bekommt Hebron als Lohn und das wird dann geschildert wie Hebron und die umliegenden Ortschaften zugeteilt werden das war das Erbteil Kalebs der zweiten sehr herausragenden Figur der Wüstengeneration neben Joshua und Kaleb die beiden Kundschafter dann Judas Erbteil Kapitel 15 63 Verse sehr sehr ausführlich warum weil Judah eine der Hauptstämme des Volkes war er war der größte Stamm und letztlich auch der bedeutendste Stamm weil es der Königsstamm war dann Ephraims Erbteil auch ein großer Stamm aber nur zehn Verse dann das Erbteil der anderen halben Stamm Manasse die eine Hälfte war im Ostjordanland und okay was ist das Stammesgebiet von dem anderen halben Stamm Manasse im Westjordanland wird in Kapitel 17 beschrieben und die anderen sieben Stämme werden dann in den letzten verbleibenden Kapiteln nacheinander abgehandelt das ist für Judah natürlich sehr wichtig und interessant zu sehen was ist genau Stammesgebiete der einzelnen Stämme Israels hinzu kommt noch bei der Landverteilung dass sechs Freistädte ausgewählt werden bestimmt werden in Kapitel 20 und die Freistädte haben einen ganz bestimmten Zweck dass nämlich Leute die einen Menschen erschlagen und zwar versehentlich erschlagen also meinetwegen die haben gekämpft und der eine stürzt dann mit dem Kopf auf den Stein und ist dann tot war nicht beabsichtigt ihn zu ermorden man hat eine Auseinandersetzung hat gekämpft und der eine stirbt dabei also fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge sozusagen oder auch reiner Zufall du bist im Wald und haust Holz und plötzlich wiegt dir dein Beil weg und hau den anderen an den Kopf und der ist tot und einen Menschen zu töten war eine schwerwiegende Sache und deswegen gab es das Recht des Bluträchers also Familienangehörige die konnten jeden Toten rächen aber das nicht angemessen wäre jetzt wenn in einem Kampf der andere halt zufällig dann stirbt oder aus Versehen stirbt oder durch so einen Unglücksfall jemand stirbt da wurde bestimmt dass solche Leute die auf solche Weise beteiligt Tod eines Menschen dass die fliehen durften die durften ihr Leben erhalten und die durften eine Freistadt fliehen und deswegen wurden sechs Freistädte bestimmt drei im Westjordanland und drei im Ostjordanland sodass es nicht so ewig weit war egal von welchem Punkt in Israel du lebst man musste wissen wie weit ist der nächsten Freistadt vielleicht 40 30 40 50 Kilometer höchstens das war also machbar dann in die nächste Freistadt zu fliehen wenn einem so etwas ist diese Freistädte und die werden namentlich benannt und dann gibt es noch 48 Levitenstädte weil die Levitenstädte die Leviten hatten kein Stammesgebiet aber es wurden aus allen Stämmen Israels dann insgesamt 48 Städte ausgewählt aus allen zwölf Stämmen und mit Manasse und Ephraim zusammen zwölf andere Stämme und sie konnten dort ihr Vieh weiden es wurde ihnen also Weidegebiet zuerkannt in diesen Levitenstädten und die waren da beheimatet sodass die Leviten in ganz Israel verstreut waren und nicht auf ein bestimmtes Stammesgebiet konzentriert und das ist auch hilfreich weil die Leviten ja auch das Wort Gottes lehren sollten das heißt sie konnten da wo sie wohnten die Bevölkerung auch das Wort Gottes lehren und mussten dann abwechselnd wenn ihre Schicht war dann auch später nach Jerusalem zum Opferdienst und so weiter also das hat alles einen sehr tiefen Sinn warum es Levitenstädte gibt die wurden festgelegt namentlich und dann kommt die Schlussbemerkung dass Gott alles hat kommen lassen was er verheißen hatte das vorletzte Highlight was ich noch besprechen möchte ist ein Krisenmanagement und das zeigt also es gibt auch wenn du richtig in der Spur bist immer wieder Herausforderungen immer wieder neue Herausforderungen und Krisen und es kommt hier zu einer Krise und da wäre es fast zum Krieg gekommen zum Bruderkrieg aber es wurde sehr gut gemanagt und ein gutes Management kann Kriege verhindern und das ist hier ein sehr gutes Beispiel wie ein Krieg verhindert wurde Hintergrund ist folgendes nachdem die Feldzüge um waren und das Landmark grundsätzlich erobert wurde also dass die erste Phase der Eroberung abgeschlossen war durften alle Soldaten alle Männer der zweieinhalb Stämme vom Osterland dann nach Hause gehen und dann sich dort um ihre Sachen kümmern die wurden aus dem Kriegsdienst entlassen und ab dann war es so dass jeder Stamm sich selber darum kümmern musste sein Gebiet von allen Ureinwohnern zu reinigen und sie dann auszuschalten und diese zweieinhalb Stämme als sie dann rüber den Jordan ziehen beschließen dort am Jordan einen Altar zu bauen Kapitel 22 Vers 10 dieser Altarbau am Jordan und da heißt es als sie zu den Steinmalen des Jordan kamen die Joshua errichtet hatte die noch in Kanaan liegen bauten die Männer von Rubengard und Osman Panasis dort einen großen Altar also die haben aus Eigenstücken ohne es abgesprochen zu haben mit den anderen Stämmen haben die hier ein Altar gebaut und das wurde eigentlich falsch interpretiert von den anderen Stämmen und die wollen die abfallen wollen die an anderen Gott dienen die haben dann einen riesen Altar gebaut was hat das zu bedeuten und es kommt zu einer Krisensitzung in Silo und es ist akute Kriegsgefahr dass sie also drauf und dran sind jetzt mit den neuneinhalb Stämmen in den Krieg zu ziehen gegen ihre Stammesgenossen von den zweieinhalb Stämmen weil die da scheinbar von Gott abfallen durch den Altar Bau aber bevor sie jetzt die Waffen sprechen lassen machen sie etwas sehr Vernünftiges sie setzen auf Gespräch und sie setzen eine Kommission ein um Vermittlungsgespräche zu führen und wir lesen dass diese Delegation die da gesandt wird zu den zweieinhalb Stämmen dass sie hochrangig besetzt wird aus allen Stämmen also führende Vertreter und auch Pinnehas der Sohn des Hohenpriesters Eleazar wird an die Spitze dieser Delegation gestellt und sie machen sich auf den Weg ohne Streitmacht ohne Militär und versuchen erstmal zu sprechen mit ihnen was eigentlich da los ist und sie kommen hin und sagen ihre Bedenken es sind auch Vorwürfe was sie ihnen jetzt vorwerfen was sie machen wollen sie von Gott abfallen wissen sie nicht was in der Geschichte war wenn man von Gott abgefallen ist welche schreckliche Strafen es nach sich zieht und so weiter also sie eifern praktisch und wollen die am Abfall hindern das ist die Position der Westjordan Land Stämme und die ist gut und für diese Position die am Abfall von Gott zu hindern werden sie auch in den Krieg gezogen gegen ihre Brüder und dann kommt die Überraschung dann antworten die und sagen das war überhaupt nicht unsere Motivation es geht überhaupt nicht um Abfall von Jahwe im Gegenteil wir wollen hier ein Zeichen aufrichten diesen Altar dass wir den gleichen Gott haben wie ihr auch und wenn ihr mal in die Richtung zu uns kommt und vielleicht dann nicht mehr so freundschaftlich seid und seht an diesen Altar dann werdet ihr erinnert wir glauben an den gleichen Gott wie ihr auch also es ging überhaupt nicht um Abfall das ist so der Tenor und als das erkannt wird von dieser Delegation dass es ein Missverständnis war die haben also diesen Altar völlig anders und falsch interpretiert so war er gar nicht gemeint dann praktisch sehr wegfällt und wir lesen in Kapitel 30 bis 31 Kapitel 22 30 bis 31 als der Priester Pinneas und die Fürsten der Gemeinschaft die als Häuptler der Heereseinheiten Isäes bei ihm waren hörten was die Männer von Rubengard und Osman Nasse zu ihrer Verteidigung hervorbrachten waren sie beruhigt ein gutes Beispiel wie eine Situation sich hoch schaukelt fast zum Krieg man redet miteinander und plötzlich sind sie beruhigt das ist noch mal ein guter Ausgang sie sind beruhigt Pinneas der Sohn des Prizes Eleazar sagte zu ihnen jetzt wissen wir dass Jahwe weiter in unserer Mitte ist denn ihr habt ihm nicht die Treue gebrochen damit habt ihr die Israeliten vor der Strafe Jahwes bewahrt also ist gar nichts Schlimmes passiert und die Delegation kehrt dann zurück gibt Bericht und das Ergebnis ist dass es natürlich nicht zum Krieg kommt und es ist einfach klar dieser Altar ist ein Zeichen der bezeugt dass Jahwe Gott ist wir stehen genauso bei Jahwe wie ihr auch also das ist eine hoch spannende Geschichte weil es hat nicht viel gefehlt es wäre zu einem schrecklichen Blutvergießen gekommen man hat miteinander geredet aufeinander gehört was der andere zu sagen hat genau hingehört und dann hat man erkannt es war alles nur ein großes Missverständnis der der letzte Punkt für heute ist das Vermächtnis Josas das geht zügig was liegt ihm auf dem Herzen was er kurz vor seinem Tod den Israel unbedingt weitergeben möchte wir haben da zwei Reden die in dem Zusammenhang überliefert sind zunächst mal beruft er Israel ein kurz vor seinem Tod in Kapitel 23 und hält eine Rede an das Volk Israel und in dieser Rede tut er vier Themen ansprechen vier Themen erstens erinnert er an Jahwes Hilfe für Israel im Kampf wie Gott in der Vergangenheit Israel immer beigestanden hat in ihrem Kampf gegen die Ureinwohner und gegen die Völker dann Hinweis auf noch übrig gebliebene Völker dass sie nicht vergessen werden sollen da haben sie noch was zu erledigen eine Restaufgabe dass die auch noch besiegt werden müssen und Jahwe hat genau diesen Sieg verheißen da sollen sie nicht nachlässig sein dann hält er einen Aufruf dem Gesetz Moses zu gehorchen sehr leidenschaftlich unbedingt dem Gesetz Gottes Beachtung zu schenken ihm sich zu unterwerfen ihm zu gehorchen und er warnt noch leidenschaftlicher vor dem Gegenteil nämlich vor Abfall von Gott und weil dieser Abfall von Gott schreckliche Konsequenzen hätte denn er würde Jahwes Zorn heraufbeschwören und mit dem Zorn Jahwes ist nicht zu spaßen das weiß Joshua aus Erfahrung und Israel wird sehr gewarnt vor Abfall Abfall heißt dann vor allem auch Götzendienst sich Götzen zuwenden und Gott den Rücken zu kehren und das würde unweigerlich einen scharfen und schrecklichen Zorn Jahwes über Israel herbeiführen das war die erste Rede wahrscheinlich kurze Zeit später wird dann noch ein offizielles Treffen anberaumt der Stämme Israels in Sichem der sogenannte Landtag von Sichem wo Vertreter der Stämme da sind und den Bund erneuern und dort hält Joshua auch eine Rede an das Volk und die ist ein bisschen anders gelagert es geht jetzt hier um Bundeserneuerung und es gibt zwar Ähnlichkeiten zu der ersten Rede aber es ist noch eine eigene Sache dass jetzt hier praktisch ein Pflok eingeschlagen wird und Israel sich dazu bekennt ja so wie die Einzugsgeneration den Bund mit Gott erneuert hat vom Sinai kurz bevor es ins Land reinkam so jetzt 30, 35 Jahre später nachdem das Land weitgehend erobert ist möchte Joshua bevor er stirbt und abtritt nochmal dass Israel sich ganz klar zu diesem Bund bekennt und er steigt da groß ein und bringt ein heißes Geschicht im Rückblick fängt an von Abraham zu erzählen wie Gott Abraham berufen hat der noch Götzendiener war damals ihm das Land verheißen hat und Nachkommen verheißen hat und so weiter und ins Land gebracht hat und dann Auszug ausgibt mit Mose Wüstenwanderung bis zum heutigen Tag also Geschichtsrückblick aus heilsgeschichtlicher Perspektive Gottes Handeln zum Heil an Israel von Abraham bis jetzt und dann ruft er zur Entscheidung auf das ist dann der Höhepunkt quasi entscheidet euch wollt ihr Gott dienen oder den Götzen es gibt da keine Kompromisse oder keine Zwischenlösung entweder Gott oder den Götzen und da sollen sich heute entscheiden heute wem wollt ihr dienen und das ist sehr wichtig dass wir als Menschen uns da wirklich klar werden und auch für uns selber eine Entscheidung treffen wollen wir Gott dienen oder unseren eigenen Weg gehen ohne Gott und Joshua sagt egal wie ihr entscheidet ich habe meine Entscheidung getroffen Kapitel 24 Vers 15b sagt er wenn euch aber das nicht gefällt dann entscheidet euch heute wem ihr dienen wollt den Göttern die eure Vorfahren dienen wollen oder den Göttern die eure Vorfahren jenseits des Stromes verehrt haben oder den Göttern der Amorite in deren Land ihr lebt gibt es also Mords Auswahl zum Götzen dienen sind weder Götter bei den Abraham mit denen es Abraham vor seiner Bekehrung oder seiner Hinwendung zu Gott zu tun hatte oder die Götter die jetzt im Land Israel noch vorhanden sind durch diese Ureinwohner dann hätte er Auswahl welchen Göttern ihr dienen wollt aber dann sagt er ich doch ich und meine Familie wir wir werden Jahwe dienen klares Statement ja und dann kommt es zur Entscheidung und Israel entscheidet sich tatsächlich für Gott und sie machen das auch sehr glaubhaft da er wieder das Volk nein wir wollen Jahwe nicht verlassen um anderen Göttern zu dienen es war doch Jahwe der unsere Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat es war unser Gott der vor unseren Augen so große Wunder getan uns auf dem ganzen Weg quer durch das Gebiet fremder Völker beschützt hat Jahwe war es doch der alle Völkern auch die Amoriter die dieses Land bewohnen vor uns vertrieben hat auch wir wollen Jahwe dienen denn er ist unser Gott also Jahwe der ihnen vom Ausdruck aus Ägypten bis zur Eroberung des Landes so beigestanden hat er soll ihr Gott sein das ist ihre klare Entscheidung aber Joshua ist noch nicht ganz zufrieden oder am Ende er sagt noch etwas über den Ernst dieser Entscheidung in Vers 19 Joshua sagt dem Volk ihr seid eigentlich gar nicht in der Lage Jahwe zu dienen denn er ist ein heiliger Gott die Heiligkeit ist so stark dass ihr auch Menschen auch wenn er beste Absichten hat es wird schwer ihm wirklich immer treu zu sein immer zu dienen ja ihr seid nicht in der Lage auf Dauer er ahnt schon was kommen wird nach seinem Abgang Moser ist auch geahnt immer Abfall Götzendienst und das ist auch dann so passiert also er ahnt schon es wird sehr schwer es wird eigentlich gar nicht möglich sein dass sie Jahwe den Gehorsam wirklich durchhalten und er sagt noch in Vers 20 wenn ihr Jahwe verlasst und anfangt fremden Göttern zu dienen wird er sich gegen euch wenden er wird euch Böses antun und euch vernichten obwohl euch vorher Gutes erwiesen hat ein ganz großer Ernst dieser Entscheidung weil die falsche Entscheidung an dieser Stelle bedeutet du hast Gott gegen dich und Gott wird dich letztlich vernichten Israel erneute entscheidet sich erneut für Gott ja wir wollen Gott dienen und Joshua sagt dann okay das hat Konsequenzen wenn ihr das wirklich so von ganzem Herzen wollt und hier den Bund erneuert dann hat das Konsequenzen und dann müssen die fremden Götter weggeschafft werden die ihr immer noch bei euch habt erstaunlich nach 35 Jahren im Land bei all dem was sie erlebt haben haben sie immer noch auch Götzen noch unter sich und bei sich noch nicht ausgemärzt das Götzenproblem hängt ihnen an von Anfang an das war bei Jakob vorhanden in seiner Familie dass da noch Götzen waren als er aus Haran kam wo auch die Götzen mal verbuddelt wurden das war nach außergrößer Ägypten war die Götzen noch ein Problem über die ganze Wüstenwanderungszeit auch jetzt nach der 35 Jahre Eroberung des Landes immer noch Götzen immer noch das Problem eine Konsequenz des Bundes ist man muss sich von diesen Götzen trennen und sie sagen ja das wollen wir auch tun das wollen wir tun und so hat Joshua sie dann verpflichtet und sie zu Zeugen genommen und sie haben gesagt ja wir sind Zeugen wir wollen es tun wir wollen den Bund halten mit Gott und dann hat er alles in ein Gesetzbuch Gottes geschrieben was diesen Bund betrifft hier diese Abmachung wahrscheinlich auch diese Reden hat es niedergeschrieben heißt es hier und schließlich nahm er einen großen Stein und rief ihn unter einem Baum auf unter einer Therabine die beim Heichtum Jahwes steht da wo die Stiftshüte war seht diesen Stein rief er zu dem Volk er ist Zeuge denn er hat alles gehört was Jahwe zu uns gesagt hat also er ist Zeuge dieser Bundeserneuerung mit dieser Stein der da aufgerichtet wird quasi als Bundeszeuge da proklamiert also das ist nochmal ein Highlight sein Vermächtnis es geht darum den Bund mit Jahwe unbedingt zu halten und dann